So, dann geht es auch mal weiter. Ich habe gerade irgendwie vergessen die Aufnahme zu starten, weshalb ein paar Minuten fehlen. In der letzten Folge waren wir ja bei einem Zwerg oder zwei. Jetzt sind es wieder sieben. Der Yeti ist verschwunden. Wir haben ein paar Zwerge ausgerüstet mit Knüppel und ein bisschen Bissbremdzeug, die beiden da. Und, ja, hier liegt Wasser. Wo sie zu dämlich sind, es abzuholen. Ich will das schneller machen, dann geht auch was. Grab schön weg und holt mal das Zeug da. Oh nein! Ein böser, kleiner, dummer Yeti. Mal wieder. Habt ihr das Zeug da unten bald? Das ist doch gar nicht so weit entfernt, oder? Hm. Keine Ahnung. Machen wir mal so und so und so. So. Hier genau das Gleiche. Ein Landschaftsbild. Da gibt es nichts zu tun. Geht hoch und macht es da oben weg. Also, holt das. Die blicken es nicht, oder? Doch. Einer hat es geblickt. Ja, komm. Ihr sollt das Wasser holen. Oh, ja. Zwerge sind nun mal dämlich. Und da kommt schon der Nächste. Du Spacke, blöde. Wieso haben die ja keine Prügel? Ach ja. So und so. Und wie läuft's? Natürlich schlecht. Ja, mach ihn platt, mach ihn platt. Nein. Wo rittst du hin? Oh Mann. Ah, da kommt schon der Nächste. Jetzt holt das Wasser endlich. Holt Wasser. Nein. Ach, Mann! Das sei doch sowas von dämlich! Die Dämlichkeit, die ihr angeboren habt! Die hat nicht mal der dümmste Mensch! Achtungsschild! Das könnten wir gebrauchen! Achtungsschild! Ja, wir haben genug Material! Ach, jetzt ist natürlich gerade schlecht! Erst da durchrennen und dann, obwohl jetzt können die ja eigentlich auch warten... Naja, heute ruckelt es mal wieder, wie so auch immer! Jetzt halte ich endlich mal Wasser! Nein, sieht nicht so aus! Hm, 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 hm! Hm, hm, hm! Hm, dann hack doch das Zeug weg! Gibt ja nichts Wichtigeres! Das Wasser ist viel näher! Oh, nein! Na ja! Was soll's! Haben die bald fertig gepennt! Wie sieht's denn aus? Ähm... Da schläft! Schläfen, was die haben, greift doch eigentlich! So, und jetzt arbeite ich weiter! Was macht denn der da? Ach ja! Hm! Wasser! Duftbacken! Naja, was soll's denn? Wasser ist ja kein Lebenselixier, sondern Gift! Das ist auch noch weg! Sicher ist sicher! Wie weit? Ach, egal! Kommt, Wasser! Nein, kein Wasser! Nein, kein Wasser! Holz können wir gebrochen, aber... Schnee haben wir... ...ja, eigentlich genug! Hm, da liegt so viel Zeug rum! Da ist noch ein bisschen Fleisch! Tonnenzapfen wieder! Noch ein Rezept für Bier! Dazu wir natürlich wieder Wasser gebrauchen könnten! Was die aber nicht holen! Eier! Salat sieht schlecht aus! Keine Äpfel! Fett kann nicht gegessen werden, glaube ich! Tee, braucht man auch Wasser! Ach, Menno! Ach, ne Münze! Schön! Was gibt's denn da noch so Schönes zu holen? Getreide! Hm! Diamanten... Oder auch Dings da! Vielleicht... Blau, 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 blau! Da! Ach, ich weiß nicht! Die holen uns eh nie! Also, für was denn... Was einkaufen! Wobei, ne Waffe! Hm! Naja! Alles zu teuer! Ein bisschen Rüstung! Oder wir kaufen gleich einen Eimer! Ähm, ähm, ähm! Wo war's denn da? Eimer, Eimer, Eimer! Trachtenei! Keine Beschreibung! Wie immer halt! Wo gab's denn da Eimer? Ich dachte, das gab's hier! Eimer, 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 Eimer! Nicht zu dämlich denn zu sehen! Nö! Einen Farbeimer gibt's! Einen Farbeimer gibt's! Und einen Kessel, aber keinen Eimer! Da vielleicht... Hm... Oder wir kaufen gleich eine Schmiede! 15! Flagge! Auch keine Info! Aufzug 35! Was weiß ich! Hm! Naja! Was soll's! Dann arbeite doch den ganzen Scheiß weg und hol's nie das Wasser ab! Das tut mir jetzt auch egal! Es kommt gleich Schnee runter! Ein Portrait! Gut! Vielleicht kriegen sie's jetzt hin! Wasser zu holen! Hm... Nein! Wir gehen jetzt darüber! Hier noch eine Faffel hin! Auch nicht! Kommt eh nicht hin! Also... Gerade egal! Ach komm, machen wir den noch einmal ein Portrait! Hier hin! Noch eins hier hin! Und... Ja... Eins hier hin! Oh... Öl. Ich bin nicht nix! Gen allows! Wir kommen durch! Rashida! Dann freue ich dich... Wie reiferte? Ja gut. Da pennen doch bestimmt schon wieder welche, oder? Einer. Wo steht denn der eigentlich da so blöd in der Gegend rum? Mach mir die Schaffeln noch hin. Drüben, ja. Ja, na ja, na ja.